herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute nehme ich euch mal mit bei meinem täglichen taktik training wir befinden uns hier auf chess.com und mein großes ziel ist es mal dass hier eine 3000 steht und keine sorge das ist kein unrealistisches ziel ich kenne viele starke spieler internationale meister und großmeister die hier sogar 3000 3500 4000 und sogar noch höher haben von daher wenn man konzentriert an die aufgaben rangeht und sich genug zeit nehmen sollte man das auf jeden fall schaffen schauen wir uns erst mal diese stellung hier an sind sogar noch relativ viele figuren auf dem brett ich selber habe noch drei leichtfiguren und zwei türme und 36 bauern sowie die damen die generelle struktur sieht aus wie ein als wäre es aus dem sitzianer entstanden ich kann aber natürlich auch falsch liegen gegner hat auch drei figuren zwei türme und noch eine dame sowie sechs bauern also ausgeglichen ich habe allerdings das läuferpaar und mein gegen hat im letzten zug hier g4 gespielt durch sehr aggressiv schwächt natürlich auch insbesondere den könig mal gucken ob ich das hier irgendwie ausnutzen kann ich habe ja auch schon zwei starke läufer die hier rein gucken frage ist wie man es am besten ausnutzt als erstes kommt einem natürlich springer schlägt g4 in den sinn allerdings ist das die frage ob das so sinnvoll ist h schlägt g und dann habe ich sogar mehrere optionen so springer schlägt g4 h schlägt g dann könnte ich den bauern schlagen oder sogar auf h2 ein schach geben springer schlägt g4 h schlägt g und jetzt dame h2 schach da muss er könig f1 machen das nächste schach wäre auf h1 aber dann würde er nach e2 rennen und das sieht schon so aus als wäre er da fast draußen nach springer schlägt h schlägt g dame h2 könig f1 kommt mir als nächstes springer d5 in den sinn mit der idee hier nach f4 zu gehen und das fällt e2 einfach zu kontrollieren und die dame greift das auch direkt an mit springer d5 aber weil ich bin ich bin ich bin nicht voll da ich hoffe ja mein springer auf g4 dann wird springer d5 ein wenig schwer so schauen wir noch mal springer g4 h g4 dame g4 ist natürlich auch interessant bei nach dame g4 macht einfach könig f1 und dann fehlt mir so ein bisschen die idee was ich dann als nächstes mache ob das nach springer g4 h g4 stund dame h2 ist könig f1 und jetzt ist die frage wie ich weitermache das problem ist er läuft halt immer über e2 einfach raus natürlich ungünstig ist zumindest aus meiner perspektive ich könnte allerdings auch in der stellung dann erstmal läufer f4 spielen was sogar die dame fängt weil die dame fängt es nicht ganz er hat nur noch das feld e1 weil wenn er nach e2 geht dann ist h1 matt nochmal springer g4 h schlägt g dame h2 könig f1 läufer f4 befragt die dame die dame kann nicht nach e2 die dame kann auch nicht auf eins dieser felder hier und die dame kann auch nicht zurück weil ja der läufer den angreift das heißt die dame muss eigentlich nach e1 und dann könnte ich ein schach geben könig e2 also wirklich viel gewonnen habe ich immer noch nicht springer g4 h g4 dame h2 könig f1 das ist die kritische stellung dafür f4 sieht eigentlich sehr sehr sinnvoll aus noch die dame noch zurück nach e1 zu drängen und dann ist aber guter rat teuer muss irgendwie das feld e2 unter kontrolle bekommen ich könnte dann auch einfach e2 spielen beziehungsweise e3 um hier die läufer noch den läufer noch zu aktivieren das sieht allerdings sehr interessant aus meine dame steht hier seine dame steht da mein läufer steht hier und sein könig steht noch hier ein damenopfer ist das nicht mit dame h3 dame f3 das funktioniert leider nicht aber wobei aber wobei geht einfach zurück nach f1 das funktioniert leider nicht ich frage jetzt ist springer g4 ob der richtige zug die einzige alternative wäre dame g6 und das sieht nicht wirklich nach dem zug aus von daher sollte springer g4 sollte hier auf jeden fall der erste zug sein ag4 dame h2 könig f1 und jetzt ist die frage was jetzt das direkte schacht bringt denke ich nichts nach könig e2 habe ich kein follow up und meine dame hängt auch direkt das heißt nach könig f1 will ich dann läufer f4 spielen da muss ja dame e1 machen und jetzt ist die frage was nun ich könnte auch das schach auf h3 geben dann macht der könig e2 dann nehme ich auf g4 muss er wieder zurück dann habe ich immer noch ein bauern eingesackt und dann wahrscheinlich e3 ich denke ich bin ein relativ praktischer spieler und ich würde mich jetzt einfach praktisch für springer g4 entscheiden weil ich habe auf zumindest jetzt habe ich ein dauerschach entdeckt aber ich sehe den sieg noch nicht ganz aber ich habe zumindest ein dauerschach mit springer g4 mich h g4 dame h2 könig f1 läufer f4 dame e1 und dann kann ich dame h3 schach spielen und dann muss er nach e1 beziehungsweise ja muss er nach e2 dann gebe ich auf g4 ein schach dann muss er wieder zurück und dann könnte ich theoretisch die züge wiederholen aber ich glaube ich habe da auch noch einen stärkeren zug den sehe ich jetzt nur nicht in der vorausberechnung eine frage ist noch vielleicht ob ich nach springer g4 vielleicht auch einfach dame e2 machen kann und den fesseln aber dann kann ich einfach zurück nach f6 gehen und habe einfach einen bauern gewonnen von daher mache ich hier springer g4 a g4 dame nach h2 könig f1 so jetzt muss ich noch einmal kurz pausieren ob ich hier vielleicht etwas stärkeres in der vorausberechnung einfach übersehen habe als läufer f4 aber läufer f4 sieht schon verdammt stark aus weil die dame hat einfach keine Felder sie kann nicht hier hin weil dann wäre es matt sie kann auch nicht hier hin und nicht da hin sie kann nicht hier hin sie kann nicht hier hin und sie kann auch nicht hier hin jetzt Läufer f4 sieht schon stark aus das schach bringt nicht wirklich was wegen könig e2 das heißt Läufer f4 sieht hier schon nach dem sinnvollsten Zug aus ok und auffällt jetzt die dame weil der computer anscheinend die richtige variante gesehen hat ich schau noch einmal kurz rein aber ich glaube ich mach mal die blende mal kurz die varianten aus um nochmal mehr praxis zu haben so g4 schlägt schlägt schach hier hin Läufer f4 ich denke der einzige Zug ist dame e1 und jetzt sollte ich aber irgendwas starkes haben so mein Plan war ja eigentlich jetzt dame h3 zu spielen dame h3 könig e2 und dann hier auf g4 einfach zu schlagen und dann e3 zu spielen das war eigentlich meine Idee schauen wir mal dame h3 könig e2 dame g4 f3 geht nie wirklich wegen f schlägt g äh f e schlägt f mit schach das heißt er musste wieder zurück und jetzt ist halt die Frage was nun aber hier stehe ich ja auch schon hier habe ich nur ein bauern weniger und schon zwei frei bauern also das sollte auch wenn ich jetzt hier nichts direktes finden würde woran ich allerdings auch nicht glaube dann sollte es schon gewonnen sein ich glaube e3 ist hier einfach einfach zu stark e3 Springer e3 ja gut dann kann ich den auch einfach schlagen dann habe ich hier dame g2 ich kann auch Läufer e3 spielen vielleicht besser so ich schaue noch einmal mit der Engine jetzt rein könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben ob ihr die Aufgabe lösen konntet und ob ihr die ganze Zeit so da sitzt und sagt was sagt denn der Typ eigentlich die ganze Zeit so g4 Springer g4 hg4 dame h2 Läufer f4 und jetzt will ich dame e1 sehen ja dann ist dame h3 der beste Zug König e2 dame schlägt g4 König f1 zurück ja und e3 also ich hätte es ich hätte tatsächlich die richtigen Züge am Brett gemacht von daher finde ich auch finde ich ist es in Ordnung gelöst ich habe es nicht bis zum Ende gerechnet gebe ich vollkommen recht die meisten Aufgaben schaffe ich eigentlich zu Ende zu rechnen bei der war es jetzt nicht so aber ich habe es geschafft in der Steuerung zu rechnen wo ich dann am Brett die richtigen Züge finde ich hoffe euch hat dieses Video gefallen wenn ja dann lasst doch gerne ein Like da auch über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen könnt ihr einfach gerne kostenlos unten einfach auf Abonnieren klicken würde mich unterstützen und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Erfolg in euren Schachpartien beziehungsweise bei euren Schachaufgaben bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal